Und Piszczek. Alaba. Robben. Passt zurück zum Torhüter. Den spielt er wieder zurück. Robben. Nun Suárez. Cristiano Ronaldo. Hummels. Piszczek. Und jetzt Suárez. Boateng jetzt. Und nun Alaba. Und Ronaldo. Boateng. Hummels. Den Ball holt er sich. Und jetzt ein Schuss. Da ist der Ausgleich. Und alles zurück auf Anfang. Jetzt steht es unentschieden. Das Spiel ist ausgeglichen. pois inall. Und das sogar wiederzulegen. fightys. 事